Atempause Hallo zum 11. Tag meines Meditations-Adventskalenders. Wie ich gestern ja schon angedeutet habe, geht es heute um den dritten Aspekt der Atemmeditation. Heute geht es nicht um das Einatmen oder um das Loslassen, das Ausatmen, sondern es geht ganz bewusst um die Atempause, eine Betrachtungsweise, die ich selbst sehr angenehm empfinde. Das heißt, wenn Sie einfach mal jetzt zusammen mit mir das ausprobieren wollen, Sie atmen ein und aus und wieder aus. Und achten Sie einfach mal darauf, wie nach dem Ausatmen noch gar nicht ein direkter körperlicher Atemdruck besteht. Man muss noch gar nicht einatmen, sondern man kann tatsächlich einen kurzen Moment, eine Sekunde in dieser Atempause vor dem nächsten Einatmen verweilen und einfach mal diese Ruhe genießen. Und genau das, das möchte ich jetzt in den nächsten 10 Minuten mit Ihnen einfach mal üben. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten Meditation lassen Sie einfach Ihren Atem geschehen und versuchen Sie einfach immer nur, diese Pause nach dem Ausatmen bewusst einfach wahrzunehmen. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten mit Ihnen einfach mal üben, Das heißt, in den nächsten 10 Minuten mit Ihnen einfach mal üben, Das heißt, in den nächsten 10 Minuten mit Ihnen einfach mal üben, dass Sie einfach nicht in den breadthїeren Petor Schauspielern gegenseiteln, oder zumindest mit Ihnen einfach mal üben, dass Sie einfach mal üben. Deswegen, hier ist jetzt nicht einfach mal übenS springs聞kelzë, dass Sie einfach mal üben sind, wenn Sie einfach mal üben sind und dort erkennen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020